Acetec betritt den Simracing-Markt mit hydraulischen High-End-Pedalen und beendet die Ära von Low-Cell-Pedalen im High-End-Preissegment mit einem Schlag. Warum es zu einer Neuordnung im Enthusiastensegment mit Acetecs Invicta-Pedalen kommt, das erfahrt ihr in diesem sehr ausführlichen A-Z-Review. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnte Disclaimer. Die Pedale wurden als Testmuster von Acetec zur Verfügung gestellt, um diese längerfristig in meinem Kanal testen und reviewen zu können. Es gibt keine Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews. Ich erhalte für dieses Review kein Geld und bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, das Unternehmen. Acetec ist als Global Player in Sachen Wasserkühlung-Lösungen für Computersysteme Marktführer. In so gut wie allen PC-All-in-One-Wasserkühlungssystemen, egal welchen Anbieters, werden meistens Acetec-Pumpen verbaut. Vom Privatanwender bis hin zum Datacenter reicht Acetecs Portfolio und nun erschließt Acetec ein neues Betätigungsfeld. Acetec betreibt ein eigenes GT3-Team im echten Leben und stellt den Anspruch, das Simracing-Portfolio in Zukunft zu erweitern. Der Startschuss fällt mit den hier vorgestellten Invicta-Pedalen. Weitere Pedale und auch eine Direct-Drive-Wheelbase sollen in Zukunft folgen. Kapitel Nummer 2, die Ausgangssituation. Die Acetec Invicta-Pedale sind seit mittlerweile einem Monat bei mir im dauernden Testbetrieb. Ich habe jedes erdenkliche Setting getestet. Alle Einstellungsmöglichkeiten verglichen und ein zentraler Aspekt war es, den Unterschied zwischen einem Low-Cell-basierten und Acetecs hydraulischen Bremssystem herauszuarbeiten. Kapitel Nummer 3, der Preis. Die Invicta Simracing Pedals Brake & Throttle bietet Acetec derzeit für Vorbesteller um 699 Euro an. Und nach des Vorbestellerzeitraums wird der Preis 849 Euro betragen. Erweitert werden können Bremse und Gas mit dem Invicta-Klatsch-System, welches als Pre-Order derzeit um 299 Euro gelistet ist und danach 349 Euro kosten wird. Auf der Homepage ist die Invicta Throttle Footrest für knapp 40 Euro gelistet, die ich aber nicht im Testeinsatz habe. Nächstes Kapitel der Lieferumfang. Das Gas- und Bremspedalset wird in einer sauberen Retail-Verpackung geliefert. Im Lieferumfang mit Bei ist Befestigungsmaterial für die Montage am Rig, Werkzeug, eine Austauschfeder für das Gaspedal und Elastomere, auf die wir später genauestens eingehen werden. Das Kupplungspedal wird mit Befestigungsmaterial in einer etwas kompakteren Verpackung zugestellt. Weiter geht's mit dem Zusammenbau und der Kompatibilität. Wenn du Gas und Bremse mit der Kupplung verbinden willst, dann schnappst du dir diese beiliegenden Bolzen 1, 2 und setzt diese hier entsprechend ein. Einmal auf der Vorderseite, einmal auf der Rückseite und bei diesen vorgegebenen Löchern, einmal hier und einmal hier, fügst du diese zusammen. Funktioniert sehr einfach, sehr unkompliziert, das Ding zusammengesteckt, dann habt ihr hier, ich hoffe ich bekomme das auf die Cam, die Madenschrauben, mit denen ihr die Bolzen fixiert und somit sind die Pedale miteinander verbunden. Geht sehr schnell, einmal angezogen, übertreibt hierbei nicht. Das genügt auch Hochkant, denn für die Stabilität werden ja dann die Pedale mit eurem Rig, direkt mit der Pedalhalteplatte verbunden. Wenn du die Pedale jetzt mechanisch miteinander verbunden hast, fehlt klarerweise noch die Verbindung der Signale. Das heißt, du hast hier rückseitig Gas und Bremse mit diesem eingeklipsten Kabel, hier löst du diese kleine Aluschelle und verbindest dieses Kabel von Gas und Bremse mit dem entsprechenden Anschluss, hier innen liegend mit der Kupplung. Achtet darauf, auf die richtige Steckrichtung, dieser kleine Clip hier ist oberseitig, beim Lösen müsst ihr diesen wieder gedrückt halten, um den Stecker wieder hinauszuziehen. Ihr seht diese Kabelkanäle, hier verlegt ihr dieses Kabel wunderbar, das clippt hier ein, der Clip an der Oberseite eingeführt in den Stecker und dieser clippt dann hörbar in das Kupplungspedal bzw. in den Anschluss ein. Verlegt dieses Kabel sauber, drückt dieses hier nochmal ein in die Nut und somit sind die Pedale wunderbar miteinander verbunden. Im Anschluss wird das Pedalset über das beigelegte USB-C-Kabel an den PC angeschlossen. Beachtet hierbei, dass es sich um ein USB-C zu USB-C-Kabel handelt. Die Asetec Invictor-Pedale sind somit über USB direkt am PC kompatibel. Eine Konsolenkompatibilität gibt es derzeit nicht. In Sachen Hardwarekompatibilität ist die Montage über 6, gut 6 mm große Löcher mit den beigelegten Inbusschrauben, Beilagscheiben und Muttern direkt am Rig möglich. Das Lochbild entnehmt ihr der Homepage bzw. könnt ihr dort eine Bohrschablone herunterladen. In meinem Fall war die vordere Schraubenreihe out of box mit dem Arsit P1 Rig kompatibel. Selbst bei härtester Petitikung reichten diese drei Befestigungspunkte aus. Machen wir weiter mit der Software. Mit der Racehub Software könnt ihr diverse Anpassungen vornehmen. Dies sehen wir uns am besten live direkt am Rig an. Viel Spaß damit. Die Software geöffnet. Ihr seht links die entsprechenden Invictor-Pedale. Und noch zwei ausgegraute Buttons. In the pit, in the pit. Das deutet auf weitere Peripherie von Asetec hin. Klickt auf die Pedale und ihr seht jetzt die Invictor-Pedale eingeblendet. Könnt diese von allen Seiten betrachten. Und auch der Input gelingt in Echtzeit. Ihr seht, wie sich eure Pedalarme bewegen und könnt dies entsprechend nachvollziehen. Ebenso wie den LED-Beleuchtungsstreifen. Nächster Reiter oben Calibration. Pedale kalibrieren, sehr einfach gelöst. Bei den Invictor-Pedalen. Ich zeige euch diesmal schnell. Beginnen wir beim Gaspedal. Ihr drückt das Gaspedal. Seht entsprechend den Ausschlag. Und könnt dann die Todzonen setzen, wie ihr dies wollt. Das heißt, maximaler Input. Wenn ihr jetzt eine Todzone setzt, um dies zu veranschaulichen. Eine große Todzone. Dann seht ihr, deutlich vor dem Endanschlag liegt bereits 100% Input an. Das heißt, ihr seid weit weg von den Endanschlägen, vom Endstop. Ich rate immer, die Todzonen im Bereich um die 2-3% zu setzen. Gleiches gilt aus der Ausgangslage. Wenn ich jetzt den Fuß leicht am Gaspedal anliegen habe, dann seht ihr hier leicht in orange klarerweise schon den Input. Durch das Gewicht meines Fußes. Das kann dann Sinn machen, wenn ihr hier eine Todzone setzt, den Fuß nur leicht am Gas anliegen habt, aber noch keinen Input im Spiel haben wollt. Dann seht ihr jetzt 0% noch kein Input im Spiel. Erst wenn ich dann bewusst etwas fester aufs Gaspedal drücke, dann kommt der Input hier mittig gezeigt im Spiel. Wichtiger ist dieser Todzonen-Aspekt auf der Bremse. Oft im Rennen geschehen, du bist auf einer Geraden unterwegs, Vollgas, und hast deinen Fuß leicht am Bremspedal aufliegen, um bremsbereit zu sein, die Reaktionszeit zu verkürzen. Dann siehst du, du hast einen leichten Ausschlag deiner Bremse. Im Spiel sollst du klarerweise bei Vollgas auf der Geraden keinen Input im Spiel haben. Das heißt, 0% anliegen. Würdest du jetzt die Todzone der Bremse in der Ausgangslage auf 0 setzen, deinen Fuß leicht auf dem Bremspedal liegen haben, dann würdest du auf der Geraden bei Vollgas hier ganz leicht mitbremsen. Das willst du klarerweise vermeiden. Darum setze, wenn du dies machst, diese Technik nutzt, den Fuß leicht am Bremspedal aufliegen hast, entsprechend deine Todzone etwas nach oben. Das siehst du hier. Ich setze die Todzone auf 3% hinauf. Und auch wenn ich meinen Fuß leicht am Gaspedal liegen habe, siehst du keinen Input im Spiel. Genauso soll dies sein. Erst jetzt, wenn ich das Bremspedal bewusst trete, kommt der entsprechende Input beim Anbremsen an die Kurve. Selbes Prinzip an der Kupplung. Wiederum rate ich hier um die 2% Todzonen in der Ausgangs- und in der Endlage. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Das ist die Kalibrierung deiner Bremse, deines Bremsdruckes. Sehr einfach gelöst, hier mit den Asetec Invicta-Pedalen über diese RaceHop-Software. Du klickst den Calibrate-Button unter dem Bremspedal und jetzt drückst du die Bremse so fest, wie du diese eben möchtest, um 100% des Inputs im Spiel zu erreichen. Beispielsweise mir genügt, 45 Bar. Ich löse die Bremse wieder, drücke auf Complete und das Spiel übernimmt, das seht ihr oberhalb des Balkens, 45 Bar als Maximalwert für den Input. Sprich, ich muss jetzt mit 45 Bar an die Bremse gehen, um 100% Input, Bremsinput im Spiel zu erzielen. Zeigen wir dies nochmal. Euch ist dieser Input zu leicht, um 100% zu erreichen. Klicke den Calibrate-Button, schnappen wir uns beispielsweise 70 Bar, drücke auf Complete, achte oberhalb des Balkens auf den Wert und 70 Bar wird als 100% Input im Spiel bzw. auf den Pedalen gespeichert. Wie viel Pedalkraft du aufwenden musst, um 70 Bar zu erzielen, darauf gehen wir dann später genauestens ein. Nächster Menüpunkt, Pedal Maps. Ihr könnt die Pedalkurven entsprechend euren Bedürfnissen anpassen. Du siehst beispielsweise jetzt am Gaspedal hier unten den Input 20, 40, 60, 80, 100. Das ist der Input über deinen Pedalweg und auf der Y-Achse der Input im Spiel. Jetzt out of box ein linearer Lauf eingestellt. Du drückst das Gaspedal, du drückst das Gaspedal beispielsweise über den halben Weg, 50%, dann wird im Spiel 50% Pedalinput wiedergegeben. Du kannst dies ändern, manipulieren, entweder über vorgegebene Presets oder manuell verändern. Ich zeige euch mal dieses zweite Preset, was dies bedeutet. Du hast an dieser Stelle jetzt 50% Pedalweg zurückgelegt, im Spiel aber nur 20% Input. Und erst bei den letzten 50% geht der Input steil, hier exponentiell nach oben. Welchen Vorteil hast du, wenn du so ein Mapping veränderst? Bist du beispielsweise bei Regen unterwegs, du brauchst in der Ausgangslage im ersten Bereich ein sehr sensibles Gaspedal. Das heißt, dein Input soll sich über einen längeren Pedalweg in diesem Fall verändern. Das heißt, der Input soll sich über einen längeren Pedalweg gerade dann genauestens dosieren lassen. Beispielsweise um ein durchdrehen der Räder, um ein Übersteuern zu verhindern. Dann hast du jetzt für einen geringen Input im Spiel viel Pedalweg direkt an den Pedalen eben zur Verfügung. Das heißt, die Dosierung für einen geringen Input gelingt über einen längeren Pedalweg relativ einfach. Und erst am Schluss, wenn die Gefahr der durchdrehenden Räder gebannt ist, kommst du mit dem restlichen Pedalweg zu deinen 100% Input. Du kannst diese Kurven auch manuell verändern, indem du diese entsprechenden Punkte veränderst oder eben die diversen Presets anwählst. Dieses Mapping der Pedale kannst du klarerweise auch auf der Bremse und auf der Kupplung nutzen. Ihr seht das hier nochmal an der Legende dargestellt. Du hast auf der X-Achse deinen Input, der am Pedal passiert und auf der Y-Achse im Prinzip der Output der Pedale, die dann beim Spiel als Input registriert werden. Nächstes Kapitel, die LED. Hier sind wir schnell fertig. Ihr habt eine Anpassung dieser untenliegenden LED-Leiste. Ihr könnt diesen Kreis entsprechend der Farben verändern. Hier in die dünkleren Farben setzen. Richtung Mitte, dann wird das Ganze etwas heller und das Ganze geschieht in Echtzeit. Das heißt, ihr könnt sehen, wie sich die LED-Beleuchtung in Echtzeit verändert. Ihr könnt auch die Helligkeit der LED-Leiste anpassen. Reset Color. Das ist der Out-of-Box-Wert. Dieses passende Orange zu den Applikationen. Oder du kannst die LED-Leiste komplett abschalten. Das seht ihr oben bei diesem Button Lights On, Lights Off. Und wenn euch dies nicht gefällt, dann dreht ihr die LEDs eben ab. Kommen wir zu den Pedaleinstellungen. An dieser Stelle hänge ich euch alle Einstellungsmöglichkeiten der Pedale live mit rein. Alternativ könnt ihr dies bebildert in der ausführlichen Bedienungsanleitung nachlesen. Weiter geht es mit der Montage der Pedale am Rig. Ihr habt sechs Befestigungspunkte und beiliegende Schrauben, beiliegende Inbusschrauben. Einmal hier. Zwei, drei vorderseitig. Und auf der Rückseite ebenso. Eins, zwei und unterliegend. Der Gasaufnahme habt ihr den dritten. Um diesen besser zugänglich erreichen zu können, das zeige ich euch jetzt. Und kommt klarerweise an dieser Seite relativ schwer zum Befestigungsloch hin. Ganz einfach, ihr klipst hier am Gaspedal diese Überwurfklemme aus. Ich versuche dieses gut auf die Cam zu bekommen. Das funktioniert werkzeugfrei sehr einfach. Diese kleine Überwurfschelle, so nenne ich dieses Ding jetzt, klemmt ihr etwas auseinander. Und ihr seht, dieses elastische Metallbefestigungsteil könnt ihr dann entsprechend hochklappen. Und gleichzeitig ist dies mit einem Bolzen verbunden. Den drückt ihr mit der Hand etwas nach außen. Durchgedrückt. Schnappt den Bolzen. Und ihr habt diese Überwurfklemme mit dem verbundenen Bolzen gelöst. Jetzt könnt ihr das Pedal entsprechend aushängen. An dieser Seite. Und entsprechend ausfädeln. Ihr habt das Komplettpaket hier. Mit der Aufnahme der Feder. Diesem Einsatz. Das legt ihr beiseite. Und jetzt über die freigewordene Aufnahme könnt ihr durch das Loch wunderbar mit dem Inbus-Lüssel auch dieses Loch dann entsprechend erreichen, um eure Pedale festzuziehen. Nächstes Kapitel, die Einstellung des Pedalwinkels, des Bremspedals. Ihr habt out of the box einen Ausgangswinkel von 90 Grad, sprich Fußablage zur Ausgangslage des Bremspedals von 90 Grad. Diesen könnt ihr dann in beide Richtungen anpassen. Wie dies geht, das zeige ich euch. Ebenso werkzeugfrei möglich. Hier empfehle ich, dass ihr euch eine Unterlage nehmt. Die rückseitig, um Freigängigkeit des Hydraulikzylinders auf dieser Rückseite zu ermöglichen. Löst diese Kontermutter, wenn die etwas schwergängig ist. Nehmt einen kleinen Inbus-Schlüssel zur Hand. Und löst diese Befestigungsschraube. Im Anschluss dann, selbes Prinzip wie vorher, löst diese Klemme. Ich versuche dies ohne meine Hände immer ins Bild zu bekommen, euch zu zeigen. Hier wiederum ausgeklipst, hochgeklappt, Bolzen entfernt. So sieht dieses Ding dann aus. Jetzt im Anschluss könnt ihr den Hydraulikzylinder hier aushängen, nach hinten klappen und seid jetzt mit dem Pedal freigängig. Ihr habt hier an der Vorderseite eine Stellschraube, ebenso mit einer Kontermutter, die zur Fixierung dient. Mit dieser Stellschraube könnt ihr dann unten über den Anschlag, wenn ihr jetzt die Kontermutter löst und das Ding hineindreht. Ich hoffe, ich bekomme das auf die Cam. Ich mache das mal etwas übertrieben. Ihr seht, beim Hineindrehen geht klarerweise der Gewindepolz nach unten und vergrößert die Distanz zwischen Anschlag und dieser Auflage. Das heißt, die Ausgangslage des Bremspedals, die geht weiter nach hinten. Wollt ihr eine eher negative Position in Richtung euch geneigt, über die 90 Grad hinaus, klarerweise der umgekehrte Weg. Schraubt dieses Ding, soweit es geht, nach außen. Der Anschlag lässt etwas mehr Spiel und das Bremspedal wandert in der Ausgangslage nach vorne. Wie gesagt, der übliche Mittelweg ist irgendwo bei 90 Grad, passt dies nach Gefühl, nach Bedarf dann an. Für euch ist es jetzt klarerweise wichtig, wenn ihr beispielsweise diese Ausgangslage haben wollt, verändert sich auch die Distanz zur Aufnahme der Hydraulik. Ich zeige euch das mal schnell. Beispielsweise, wir wollen das etwas mit einem flacheren Winkel, mit einer Kontermutter festgezogen, hier unterseitig. Jetzt drehe ich das Ganze wieder mal seitlich, damit ihr besser seht, was ich euch zeigen möchte. Und jetzt passt hier klarerweise von der Distanz jetzt, nachdem das Bremspedal weiter nach vorne gerückt wird, nicht mehr mit der Aufnahme zusammen. Darum, hier, verstellt ihr die Distanz der Aufnahme. Das heißt, ihr dreht diesen Gewindebolzen mit dieser U-förmigen Aufnahme nach innen, damit ihr eine schöne Flucht für euren Bolzen wiederherstellt, damit dies alles zusammenpasst. Wenn dies der Fall ist, dann einfach den Bolzen wieder schnappen, einklippen und die Kontermutter entsprechend wieder festziehen. Einmal auf dieser Seite, an der Vorderseite und alles ist fixiert und ihr seht, die Ausgangslage meines Bremspedals ist jetzt nach hinten gewandert. Passen wir nun den Pedalwinkel der Kupplung und des Gaspedals an. Wieder die Ausgangslage um die 90 Grad. Hier relativ einfach. Ihr gebt etwas Druck auf das Pedal, um die Schraube freigängig zu haben. Löst die Kontermutter und jetzt könnt ihr die Schraube, wenn ihr diese nach innen dreht, entsprechend nach unten stellen. Und ihr seht, der Anschlag kommt früher. Die Ausgangslage des Kupplungspedals, in diesem Fall, wandert nach hinten. Will ich das Ganze nach vorne bringen, wieder etwas zu drücken, um zu lösen. Die Schraube hinausdrehen. Ich gebe den Weg frei, lasse das Pedal los und das Ganze wandert wieder nach vorne. Nicht vergessen, immer im Anschluss die Kontermutter wieder festzudrehen, damit dies in Position bleibt. Und bei all diesen Verstellungen im Weg und in der Position, vergesst nicht, die Pedale immer im Anschluss zu kalibrieren. Das gleiche Spiel, dann analog zur Kupplung, auch beim Gaspedal. Einmal etwas lösen, um die Schraube freigängig zu haben. Hineingedreht. Und die Ausgangslage von eurem Gaspedal wandert nach hinten. Und gegengleich die Schraube nach außen gedreht. Und die Ausgangslage wandert in eure Richtung. Nächstes Kapitel, die Vorspannung des Gaspedals. Das ist nichts anderes, wie die Ausgangskraft, die du benötigst, um das Gaspedal in diesem Fall zu treten. Das heißt, du benötigst eine Kraft X, um das Pedal aus der Ausgangslage in Richtung Endlage zu bringen. Dies kannst du anpassen, indem du sagst, du löst wiederum die Kontermutter. Vereinfacht kannst du die Feder jetzt mit den Fingern schon etwas zusammendrücken, um dies schneller verstellen zu können. Du komprimierst die Feder. Kontermutter wieder angezogen. Und jetzt heißt es, aus der Ausgangslage, um aus der Ausgangslage in Richtung Endlage zu gehen, musst du jetzt schon eine stärker komprimierte Federkraft überwinden. Und das heißt, die Betätigungskraft in der Ausgangslage ist von Haus aus größer. Das ist für dich dann ein Vorteil, wenn du sagst, mir ist das in der Ausgangslage zu empfindlich, das Gaspedal. Ich möchte das etwas straffer aus der Ausgangslage am Start haben. Dann kannst du eben die Vorspannung hier anpassen. Ein wichtiger Punkt noch für dich. Achte unbedingt darauf, dass du hier in der Endlage, wenn du hier in der Endlage ankommst, nicht, ich hoffe, ihr seht, dass innenseitig der Feder auf diese Buchse dann schlägt. Immer zu drauf schlägt, das ist nicht förderlich für die Langzeitqualität. Hierfür gibt es einen Endstop. Passt diesen Endstop so an, in dem Fall muss ich den etwas nach außen drehen, nach oben drehen, damit der Endstop seiner Bestimmung gerecht wird. Ich zeige euch das mal. Etwas extrem jetzt eingestellt. Der Endstop kommt relativ früh hier unterseitig an das Pedal. Ihr seht diese Inbusschraube, die wiederum gekontert wird. Der Endstop verhindert jetzt, dass ihr in der Endlage mit dieser Stellschraube und der innenliegenden Buchse kollidiert. Hier solltet ihr immer noch etwas an Freiraum in der Endlage haben. Weiter geht es mit der Betätigungskraft. Asetag legt hier eine Ersatzfeder bei, die etwas schwächer dimensioniert ist, als die bereits verbaute. Das heißt, ihr habt Out of Box die etwas kräftigere Feder verbaut. Wenn euch die Pedalbetätigung über den Weg etwas zu straff erscheint, ihr dies etwas feiner, etwas leichter haben wollt, dann ersetzt diese Feder. Dies funktioniert wiederum sehr einfach. Ihr klippt diesen Haltemechanismus aus, drückt den Bolzen durch, hängt diese Mechanik aus und jetzt einfach entfernen, den Bolzen mit der Aufnahme, einmal hier. Dann habt ihr die Out of Box Feder, das ist diese hier, diesen Aufsatz, diese Aufnahme. Die können wir drinnen lassen und ihr seht an den beiden Federn, hier rechts die Out of Box Feder und hier links die Ersatzfeder, die etwas dünner, etwas leichter federt, geringeren Widerstand aufweist. Wir verbauen diese einmal. Das funktioniert sehr einfach. Feder eingesetzt, Bolzen eingesetzt, etwas komprimiert, in Position gebracht. Und ihr seht, wenn ihr diesen Mechanismus etwas verinnerlicht habt, gelingt so ein Wechsel werkzeugfrei in 15 Sekunden. Jetzt habt ihr über den gesamten Weg eine etwas leichtere Betätigung, ein sehr feinfühliges Gaspedal. Das ist wiederum immer Geschmackssache, wie euch dies gefällt. Ich rate, diese Settings einfach auszuprobieren und wie ihr seht, dieser Wechsel, der gelingt binnen Sekunden und ihr könnt nach euren Präferenzen dann entscheiden, welches Setting besser zu euren Fahreigenschaften, zu euren Präferenzen passt. Sehen wir uns an, wie man den Pedalweg einstellt bzw. diesen beschränkt. Das funktioniert sehr einfach über den Pedalstopp, über den Endanschlag. Hier wiederum die Kontermutter lösen. Ihr habt innen liegend diese Inbusschraube. Die könnt ihr auch besser erreichen, wenn ihr das Pedal ausklippt. An dieser Stelle jetzt, glaube ich, nicht nötig. Wollt ihr den Pedalweg begrenzen, könnt ihr klarerweise diesen Endstopp etwas früher legen. Das heißt, ich schraube diese Inbusschraube gegen den Uhrzeigersinn nach oben, fixiere sie wiederum mit der Kontermutter und somit begrenzt ihr den Pedalweg analog beim Gaspedal, Kupplungspedal, dieselbe Mechanik. Auch hier wiederum achtet darauf, wie so eben erklärt, bei der Vorspannung, wenn ihr den Pedalweg voll ausnutzen wollt, dann achtet wiederum in der Endlage darauf, dass hier diese Verstellung nicht auf diese innenliegende Buchse schlägt, sondern der Endstopp wirklich seinen Job als Endstopp erledigt, denn dieser wurde hierzu dimensioniert und so ausgeführt, dass ihr dies über einen längeren Zeitraum problemlos bewerkstelligen kann. Kommen wir zum Aufbau und zur Funktionsweise der Bremse und den Einstellungsmöglichkeiten. Um den Realismus zu simulieren, sprich Bremskolben, Bremsbeläge, die dann gegen eine Bremsscheibe gedrückt werden, verbaut ESETEC einen Slave-Zylinder. Diese erste Softstage wird simuliert mit Elastomerem und wenn dann die Bremsbeläge entsprechend gegen die Bremsscheibe gedrückt werden und ihr theoretisch keinen Weg am Pedal mehr verspüren solltet, dann kommt die Hydraulik, klarerweise eine Flüssigkeit, die nicht komprimierbar, nicht zusammendrückbar ist, zum Einsatz. Dies simuliert dann das realistische Verhalten, wenn ihr in einem Rennwagen auf eine Bremse drückt. Das heißt, die Softstage, das ist die Kraft, die ihr benötigt, um im Prinzip die Bremskolben, Bremsbeläge gegen die Bremsscheibe zu drücken, könnt ihr entsprechend eure Bedürfnisse anpassen. Ihr habt drei Elastomere, die euch ESETEC beilegt. Dieses weiche Elastomer, das ist das weichste, das weiße, die mittlere Stärke und das grüne, das simuliert den harten, sehr realistischen Rennbetrieb. Das heißt nichts anderes von der Funktionsweise, dieses Elastomer wird von euch in der Softstage komprimiert, zusammengedrückt, bis der Slave-Zylinder die Endlage erreicht. Ab dann geht es über die Hydraulik, sprich dieses Hydraulikgefühl ohne nachzugeben, das wird entsprechend simuliert und kann dann in der Racehub-Software angepasst werden, wie kräftig ihr dies eben haben wollt. Ich setze jetzt das weichste Elastomer ein, einfach eingesetzt. Ihr habt diese Befestigungsschraube, die zieht ihr dann an, bis das Elastomer locker anliegt und entsprechend mit der Konterschraube befestigen und fertig. Das heißt, ihr habt jetzt das weichste Elastomer verbaut. Bei dem schwarzen Elastomer habt ihr die leichteste Einstellung, um zur Endlage zu gelangen. Das heißt, ihr benötigt ungefähr 20 Bar Kraft. Das ist um die 50 Kilogramm, um bis zur Hardstage, bis zur Hydraulik zu gelangen. Das heißt, ihr bekommt diese Pedale out of box mit dem weißen Elastomer verbaut. Weißes Elastomer bedeutet eben diesen Mittelweg. Ihr benötigt hierzu 35 Bar an Druck. Das resultiert ungefähr in 65 Kilogramm Pedalkraft, um dieses Ding vollends oder so weit zu komprimieren, um die Softstage zu überwinden. Wenn ihr es dann noch realistischer, noch härter haben wollt, ihr benötigt 50 Bar Druck, sprich 100 Kilo Pedalkraft, um dieses so weit zu komprimieren und ab dann übernimmt der Masterzylinder die Hydraulik, die dann deinen Bremsdruck entsprechend deines Settings, deines bevorzugten Settings herausmisst und den ihr dann anpassen und einstellen könnt. Aus dem realistischen Rennsport kennt ihr dies, indem die Bremsen so eingestellt werden, dass diese, wenn das Bremspedal nicht gedrückt wird, sogar die Bremsbeläge leicht an den Bremsscheiben schleifen. Das hört ihr, wenn das Fahrzeug zum Beispiel in die Boxengasse geschoben wird. Das heißt, der Fahrer will, dass die Bremsbeläge so nah wie möglich an den Bremsscheiben anliegen, um den Reaktionsweg bzw. den Betätigungsweg bei der Bremse maximal zu verkürzen. Sprich, er tritt ins Pedal, hat eine sehr kurze Softstage, bis das Ganze voll am Anschlag anliegt und dann soll gleichzeitig das Bremspedal das wiedergeben, was der Fahrer spüren möchte und wie dies am Start sein sollte. An diesem Punkt zeige ich euch nochmal ausführlich, wie das am Rig aussieht, an Pedalen, mit dieser erwähnten Soft- und Hardstage. Du hörst dies auch, wenn du genau hinhörst. Sprich, du hast jetzt den Input der Softstage, um die Bremsbeläge an die Bremsscheibe anzulegen. Du hast einen Pedalweg, der immer ungefähr 2 cm entspricht. Und wenn du genau hinhörst, dann hörst du dieses leichte Klacken des Endanschlags. Das heißt, ab diesem Punkt keine Bewegung mehr. Hört mal genauestens hin. Hier hörst du den mechanischen Endstop. In meinem Fall, wenn ich die Kraft bzw. den Druck auf 70 Bar setze, bei etwa der Hälfte, komme ich zum mechanischen Endanschlag an. All das, was später passiert, darüber hinausgehend, da sind wir in der Hardstage unterwegs. Das heißt, will ich jetzt mehr Input generieren, drücke ich fester ins Bremspedal hinein, aber habe keinen Weg am Bremspedal mehr zurückzulegen. So wie dies im echten Rennfahrzeug der Fall ist. Du siehst, Ende des Endanschlags, kein Pedalweg mehr und ab jetzt nur mehr über den Druck ohne Pedalweg, um meine Bremse entsprechend zu dosieren. All dies, was ich jetzt hier mache, in diesem Bereich, dies geschieht ohne Bewegung am Bremspedal. Sehen wir uns den Hydraulikzylinder nochmal genauestens direkt am Rig an. Wenn ihr die Invicta-Pedale direkt auf der Pedalhalteplatte eures Rigs montiert habt, dann sollte die Zugänglichkeit des Hydraulikzylinders bzw. der Elastomere gewährleistet sein. Wenn ihr die Pedale direkt am Boden montiert oder auf einer ebene durchgehenden Fläche, dann werdet ihr mit der Zugänglichkeit dieser Verstellmöglichkeit der Elastomere Probleme haben. Ihr könnt diese Schraube dann nicht mehr nach außen drehen, diese ist blockiert durch einen Boden, durch eine ebene Fläche und müsstet in diesem Fall dann die Pedale lösen, um Zugang zu euren Elastomeren zu bekommen. In meinem Fall kein Problem, die Pedale sind extrem tief und sollten bei den gängigsten, bei den meisten Rigs darüber hinaus stehen. Wir gucken uns das nochmal live in Aktion an, mit dieser Hard, mit dieser Softstage. Ich nehme jetzt nochmal das Elastomere raus, um euch dies genauestens zu verdeutlichen. Das heißt, ich löse die Kontermutter, ich löse die große Haltemutter für die Elastomere, entferne das derzeit verbaute Elastomer und um dies besser zu veranschaulichen, setze ich diese Haltemutter nochmal auf und drehe diese nicht ganz hinein. Jetzt habe ich keinen Widerstand am Bremspedal, sonst könnte ich dies jetzt direkt am Brick mit der Hand klarerweise nicht vollziehen, da die Kräfte viel zu hoch werden. Ihr seht jetzt bei dem Input des Pedals, hast du den Input in diese Richtung und gegengleich über diese innenliegende Mechanik geht dieser Endanschlag in die andere Richtung. Das heißt, ich betätige das Pedal und gegengleich in Richtung Drucksensor wird deine Kraft aufgebaut. In diesem Bereich sind wir in der Softstage. Das ist dieser Bereich, wo du dieses Elastomer komprimieren musst, um zum Endanschlag zu gelangen. Und hört mal genau rein, ihr hört diesen Endanschlag auch. Der Endanschlag innenliegend ist nach etwa 2 cm Pedalweg erreicht. Ich schnappe mir noch ein Maßband, um dies genauer zu verifizieren. Und du siehst, wenn wir hier bei 10 cm beispielsweise anliegen, sind wir bei 1,5 cm am mechanischen Endanschlag angelangt. Ganz egal, welches Elastomer du verbaut hast, dies entscheidet nur, wie viel Kraft du benötigst, um eben zum Endanschlag zu kommen. Und ab diesem Punkt, wo der Endanschlag erreicht ist, geschieht der Input im Spiel bzw. der Output über die Pedale nur mehr über den Druck. Das heißt, ab jetzt, je fester du in deine Pedale trittst, desto mehr Output bzw. Input im Spiel deiner anliegenden Bremskraft. Nächstes Kapitel, Load Cell vs. Hydraulik. In diesem Kapitel erkläre ich euch den technischen Unterschied beider Systeme. In Sachen Bremspedal kommt bei Pedalsets ab ca. 200 bis über 1000 Euro üblicherweise eine Load Cell zum Einsatz. Eine Load Cell ist eine Wegezelle. Vereinfacht gesagt ist die Load Cell ein elastisch verformbares Bauteil, das sich unter Belastung verbiegt. Im Innenleben der Load Cell wird durch Messstreifen und Elektrizität der Verformungsgrad bestimmt und somit der Messwert zur Verfügung gestellt. Bei Aesetex hydraulischen Invicta-Pedalen wird der Pedaldruck über einen Drucksensor abgenommen. Flüssigkeit lässt sich im Prinzip nicht komprimieren, nicht zusammendrücken. In diesem Punkt unterscheiden sich beide Systeme somit deutlich. Beim Load Cell basierten System kann der Input nur über die weitere Verformung der Load Cell generiert werden. Soll heißen, dass bis hin zur Endanlage einer Load Cell Bremse ein Pedalweg vonnöten ist. Ein Faktor, der dem realistischen Anwendungsfall im Rennsport nicht entspricht. Im Rennwagen ist nur ein kurzer Pedalweg aus der Ausgangsposition erforderlich. In diesem Moment werden die Bremskolben gegen die Bremsbeläge gedrückt und die Bremsbeläge wiederum drücken auf die Bremsscheibe. Wenn dieser Weg zurückgelegt wurde, dann drückt man im echten Rennwagen wie gegen eine Wand, ohne einen weiteren Pedalweg zurücklegen zu müssen. Die Bremskraft wird dann einzig und alleine durch den Pedaldruck generiert. Ein Weg am Pedal geschieht an dieser Stelle aber nicht mehr. Dies ist ein Umstand, den ein Load Cell System nicht simulieren kann, egal in welcher Preisklasse. Im echten Rennsport profitiert man vom hydraulischen System, da das menschliche Gehirn den Pedaldruck besser abspeichern und reproduzieren kann. Als eben einen Pedalweg. Welche Vorteile dies mit sich bringt, das beleuchten wir dann genauestens im Kapitel Rennstreckentest in ein paar Minuten. Weiter geht's mit diversen technischen Details. Die Position von Gas und Kupplung wird über Hallsensoren berührungslos bestimmt. Einfach gesagt ist hier Strom und Magnetfeld im Spiel, um die Position der Pedale berührungs- und somit verschleißfrei zu übermitteln. Bei den Invictor-Pedalen sind die dafür nötigen Magnete jeweils an der rechten unteren Seite der Pedalarme angebracht. Unter der Basisplatte ist der entsprechende Gegenpol verbaut. In der Ausgangslage liegen einstellbare ±90 Grad bei Gas- und Kupplungspedal an und ca. 70 Grad in der Endlage. Die Pedalkräfte betragen progressiv ansteigende 4,5 Kilogramm beim Gaspedal. Mit der härteren und knapp 4 Kilogramm mit der weicheren Feder. Das Kupplungspedal benötigt bis zum Endanschlag hin eine Kraft von etwa 12 Kilogramm. Beim Bremspedal sind über die Hydraulik 100 Bar Druck möglich. Das entspricht 175 Kilogramm maximaler Bremskraft über den Hebel direkt am Pedal. An dieser Stelle kurz ein Kräftevergleich mit den bekannten Loadcell-Systemen. Bei Loadcell-Systemen kommen über den Hebelweg des Pedalarms gut 2 Drittel der maximalen Loadcell-Kapazität direkt am Pedal an. Guckt hierzu meine damaligen Reviews zu Loadcell-Pedalen an. Bei Fanatec CSP V3 und einer 90 Kilogramm Loadcell sind dies gut 65 Kilogramm maximale Pedalkraft. Bei Heusingfeld Sprint und 125 Kilogramm Loadcell bleiben gut 80 Kilogramm an Maximalkraft am Pedal übrig. Und bei einer Heusingfeld Ultimate 200 Kilogramm Loadcell könnt ihr maximal 130 Kilogramm an Pedalkraft generieren. Umgelegt auf Aetects Hydraulikbremse würde man eine etwa 260 Kilogramm Loadcell verbauen müssen, um maximal 175 Kilogramm erzielen zu können. Die Pedalarme sind alle Kugel gelagert und neben den Lagern sind Rückstellfedern eingelassen. Kommen wir zu den Abmessungen. In der Out-of-Box-Einstellung beträgt die Höhe des Pedalsets 240 Millimeter, von der Grundplatte bis zur Oberkante der Pedalplatte gemessen. Die Pedalplatten können über das Lochbild angepasst werden, sollten aber ausschließlich über die grün markierten Löcher mit dem jeweiligen Pedalarm verbunden werden. Der Lochabstand der 55 bis 65 Millimeter breiten Pedalplatten beträgt 15 Millimeter. Die Länge der Pedalplatten beträgt 90 bzw. 120 Millimeter beim Gaspedal. Die Gesamtbreite für das Zweiweg- bzw. Dreiweg-Pedalset beträgt 215 bzw. 330 Millimeter. Die Gesamt-Tiefe der Grundplatte misst 405 bzw. 460 Millimeter mit dem über die Grundplatte hinausragenden Bremszylinder. Machen wir weiter mit der Verarbeitung, Materialeinsatz und der Haptik. Die AC-TEC Invictor-Pedale sind eine Vollmetall-Konstruktion. Jegliche Aufnahmen, Pedalarme, Pedalplatten, Hydraulikzylinder und die gesamte Grundplatte wurden aus Metall, überwiegend Aluminium gefertigt. Ausnahmen sind die Platine, Elektronik, LED-Beleuchtung, die unterseitige Abdeckung der Grundplatte und eine Gleithülse beim Gas- bzw. Kupplungsmechanismus. Die Pedalplatten wurden aus 4 Millimeter dicken Aluminium gefertigt. Den Härtetest hat AC-TEC laut eigenen Angaben mit einer Maximalbelastung von bis zu 700 Kilogramm für die Pedalarme vollzogen. In Sachen Verarbeitung, Spaltmasse und Haptik gibt es an dieser Stelle nichts zu berichten. Hier markiert AC-TEC allerhöchsten Industriestandard. Weiter geht's mit dem Kapitel Optik. AC-TECs Invicta-Pedale machen einen sehr polierten und bis ins Detail durchgestylten Eindruck. Dies sieht sehr sportlich und elegant aus und wird durch die schwarz eloxierte Farbgebung und den orangenen Akzenten unterstrichen. Die LED-Beleuchtung lässt weitere optische Anpassungen zu, kann bei Nicht-Gefallen aber ausgeschaltet werden. Rückseitig finden sich auf allen Pedalarmen AC-TEC Logo und Schriftzug wieder, welche aufgedruckt wurden. Das auf der Grundplatte angebrachte Branding ist erhaben und wirkt edel. Einzig der nach oben wegstehende Drucksensor stört das sehr aufgeräumte Erscheinungsbild. Weiter geht's mit dem Hauptkapitel unserem Rennstreckentest. Ich nutze in diesem Test die AC-TEC Invicta-Pedale an einer Fanatec Podium DD1, die mit einem Cube Controls F-Pro Lenkrad via Podium Hub ausgestattet ist. Das Ganze ist an einem ACID P1 Rig montiert und die Motion wird von SimRig SR2 bereitgestellt. Im Rennstreckentest fällt die spielfreie und sehr knackige Betätigung der Pedale auf. Auf den ersten Metern spürt man, dass sich die Bremse von der Charakteristik eines Loadcell-Systems deutlich unterscheidet und dem Realismus in einem echten Rennwagen um nichts nachsteht. Weiters musste ich meine Bremspunkte neu definieren, da ich immer zu früh gebremst habe. Durch den extrem schnellen Input von 0 auf 100% war ich oft zu früh dran. Dies ist mit meinen Loadcell-Systemen anders, da der 0 bis 100% Input über den längeren Pedalweg einer Loadcell-Bremse eben spürbar mehr Zeit in Anspruch nimmt. Auch wenn wir hier nur über zehntel Sekunden sprechen, macht dies auf der Rennstrecke viele Meter aus. Für den weiteren Vergleich müssen wir an dieser Stelle auch über das Trailbraking sprechen. Ich war damals im echten Leben in der Supersport- und später Superbike-Klasse auf diversen Rennstrecken in ganz Europa unterwegs. Hier sind zwar nur zwei Räder im Spiel, aber auch im Motorradrennsport wird im echten Leben bis zum Scheitelpunkt der Kurve hineingepremst und diese Technik wird eben Trailbraking genannt. Dies ist auf zwei Rädern im echten Leben nochmal etwas komplizierter als auf vier Rädern, da beim Trailbraking das Aufstellen des Bikes deiner Schräglage entgegenwirkt, aber vom Prinzip her geht es um ein und dasselbe die Rundenzeit zu drücken. Üblicherweise bremst du eine Kurve an, löst das Bremspedal und fährst neutral, also rollend in die Kurve ein. Im Rennsport verlierst du die meiste Zeit auf der Bremse und hier kommt dann Trailbraking zum Einsatz. Wenn du den Weg bis hin zum Scheitelpunkt als Bremsweg nutzt, kannst du auf der Geraden klarerweise länger am Gas bleiben und gewinnst Zeit. In die Kurve hineinzubremsen ist technisch etwas kompliziert, da die Reifen nun nicht nur längs, sondern auch Querkräfte aufnehmen müssen. Hier gilt es gut zu dosieren. Außerdem bleibt beim Einlenken die Gewichtsverteilung auf der Vorderachse, da du ja noch auf der Bremse stehst und das Heck wird somit leicht. Ein Übersteuern bzw. Eindrehen deines Fahrzeuges kann die Folge sein. Dieser Aspekt wird aber auch eingesetzt, um das Fahrzeug über das Heck in der Kurve anzustellen, um aus dem Kurvenausgang mit untersteuernden Fronttrieblern eine bessere Linie hinzubekommen. Auf den Punkt gebracht, löse die Bremse gleichmäßig nach dem Einlenkpunkt bis hin zum Scheitelpunkt der Kurve und gehe danach gleich wieder aufs Gas. Vermeide Rollphasen, bei denen du nichts mit deinen Pedalen machst. Dann wirst du sehen, wie die Rundenzeiten nach unten gedrückt werden. In ganz schnellen Kurven sei aber sehr vorsichtig mit dem Trailbraking, sonst wird dir das Heck zu leicht und du fliegst sehr schnell ab. Zurück zu den Asetec Invicta Pedalen und warum ich euch dies alles jetzt erzählt habe. Dein Gehirn speichert Druck wesentlich besser als den Pedalweg. Außerdem ist die Dosierung über den Druck viel schneller umzusetzen als über einen Weg. Und gerade beim Trailbraking musst du in extrem kurzer Zeit die Bremse möglichst exakt hin bis zum Scheitelpunkt lösen. Und das Ganze soll nicht nur in einer, sondern in möglichst allen Kurven gelingen. Und genau hier liegt der große Vorteil bei der Asetec Hydraulikbremse. Über den Druck funktioniert die Dosierung wesentlich einfacher und reaktionsschneller und mir gelingt auf der Rennstrecke die Trailbraking-Technik deutlich besser, wesentlich konstanter als mit meinen lotzellbasierten Pedalen. In Sachen Gaspedal ist die Dosierung sehr exakt, da gut gelagert. Die Pedalkräfte sind gut abgestimmt. Über die anpassbaren Pedalkurven in der RaceUp Software haben wir bereits ausführlich gesprochen. Ein wertvolles Feature für Enthusiasten, das ihr euch unbedingt angucken solltet. Das Kupplungspedal mit knapp 12 kg Betätigungskraft kommt richtig hart und sehr realistisch rüber. Der Schleifpunkt ist im Bereich der Endanlage auszumachen, aber nicht sehr stark ausgeprägt. Kommen wir auf die Zielgerade. Weiter geht's mit den negativen, neutralen und positiven Aspekten, sowie dem Fazit und der Kaufempfehlung. Negative Aspekte. Erster negativer Aspekt ist die kompromisslose Geräuschkulisse. Bei den Endanschlägen knallt das Metall der Pedalarme auf eine Schraube aus Metall. Hier hätte man Abdeckkappen aus Kunststoff beilegen können, da im Wohnbereich akustische Aspekte eine Rolle spielen können. In Sachen Pedalplatten würde ich mir ein zusätzliches Set ohne scharfkantige Lochbohrungen gewünscht. Diese Lochbohrungen bieten mit Schuhen zwar einen super Grip, sind aber für den Rennsocken- oder Barfußbetrieb viel zu scharfkantig. Ein weiterer negativer Aspekt ist die Variabilität in Sachen Pedalabstand, wenn man mit dem Zweiweg-Pedalset unterwegs sein möchte. Die geschlossene Bauweise erlaubt keine freie Positionierung der Pedale und Abstände können lediglich über die Pedalplatten in geringem Maß angepasst werden. In Sachen Hydraulikzylinder können rückseitige Änderungen nicht vorgenommen werden, wenn die Pedale auf einer Ebene auf einer durchgehenden Ebene verbaut werden. Üblicherweise sollte aber durch die enorme Tiefe der Invictor-Pedale die Verstellung ohne Demontage möglich sein, wenn die Pedale über die Pedalplattenaufnahme des Rigs hinausragen. Letzter negativer Aspekt ist optisch und somit subjektiv. Der nach oben wegstehende Drucksensor passt in meinen Augen nicht zum ansonsten super aufgeräumten Erscheinungsbild. Nächstes Kapitel die neutralen Aspekte. Preislich stufe ich 849 fürs Zweiwege-Pedalset, teuer aber fair ein. Den Vorbestellerpreis von 699 würde ich den positiven Aspekten zuordnen, wenn man das gebotene im Hinterkopf behält. Das Kupplungspedal geht mit 349 in meinen Augen als etwas zu teuer durch. Hier wäre der für Vorbesteller ausgerufene Preis von 299 Passender. Zweiter neutrale Aspekt ist die Auswahl der Elastomere. Diese überschreiten die Betätigungskraft laut Werksangabe um etwa 10 Bar. Ich würde mir ein viertes Elastomere wünschen, wenn man als Heimanwender die Softstage noch einfacher überwinden möchte, um mit geringeren Pedalkräften an der mechanischen Endanlage anzukommen. Machen wir weiter mit den positiven Aspekten. Verarbeitung und Materialauswahl sind höchster Standard. Alles wirkt rock-solid und sehr langlebig. Metall, soweit das Auge reicht. Gleiches gilt für die übersichtliche und einfach zu bedienende Software. Ebenso einfach und werkzeugfrei lassen sich Einstellungen binnen Sekunden anpassen. Das Design hinterlässt in meinen Augen einen stylischen Eindruck. Und die einstellbare LED-Leiste bringt ein weiteres Designmerkmal ans Rig. Im Rennbetrieb fühlen sich die kugelgelagerten Pedalarme sehr exakt an. Die Abstimmung der Pedalkräfte ist passend und realistisch umgesetzt. In Sachen hydraulischer Bremse setzt Asetec neue Maßstäbe. Hier gibt es derzeit in dieser Preisklasse keine vergleichbaren Produkte von Mitbewerbern, die die Bremse 1 zu 1 nachstellen, so wie dies im echten Rennsport der Fall ist. Softstage via Elastomer, um die Simulation des Pedalwegs zwischen Betätigung und Anlegen der Bremsbelege an der Scheibe zu simulieren, ist der erste Aspekt. Und ab diesem Punkt kommt die Hardstage für die Dosierung der Bremskraft ohne jeglichen Pedalweg, wie im echten Rennsport, über den Pedaldruck als zweiter und wesentlicher Aspekt des Realismus ins Spiel. Dies resultiert in den im Rennstrickentest ausführlich erwähnten Vorteilen, lässt die Rundenzeiten purzeln und Rennsport so simulieren, wie er sein sollte. Weiter geht's mit dem Fazit und der Kaufempfehlung. Asetec steigt mit den Invicta Pedalen ins Simracing-Geschäft ein und es fühlt sich so an, als wäre Asetec schon lange mit dabei. Der Erstauftritt wirkt ausgereift und bis ins Detail vorbereitet, durchgetestet und von langer Hand geplant. Ich versuche euch wie üblich objektive Berichterstattung ins Haus zu liefern, aber muss mich nach einem Monat immer noch fragen, wie Asetec dies nahezu fehlerfrei hinbekommen hat? In Sachen Heimkomfort gibt's Aufholbedarf. Die bei den negativen Aspekten erwähnten Kritikpunkte könnten schnell und einfach ausgeräumt werden. Die hydraulische Bremse mit den erwähnten Zonen setzt den Invicta Pedalen die Realismus Krone in diesem Preisbereich auf. An dieser Stelle muss ich feststellen, dass ich nicht mehr zu Loadsell Pedalen in der Preisklasse ab 600 Euro aufwärts raten kann. Spart das Geld und holt euch in diesem Preisbereich lieber die Asetec Invicta Pedale. Asetec macht Loadsellösungen in hohen Preisbereichen in meinen Augen obsolet, so hart dies nur noch klingen mag. Der Parallelvergleich zu Wheelbases liegt auf der Hand. Es macht seit ein paar Monaten keinen Sinn mehr, riemengetriebene Wheelbases um mehrere hundert Euro zu kaufen, weil es mittlerweile Direct Drive Wheels im bezahlbaren Preisbereich am Markt gibt. Und genauso gibt es jetzt am High End Markt der Pedale eine komplette Neuordnung, mit der Asetec nun den Auftakt gemacht hat. Meine Aussagen klingen vielleicht extrem oder pathetisch, basieren aber auf meinen eigenen Erfahrungen, die ihr in meinem Kanal nachgucken könnt. Mit dabei waren auch Pedale von Mitbewerbern, die im Preisbereich von 1000 Euro aufgestellt sind. Kommen wir an dieser Stelle zur Kaufempfehlung. Die Asetec Invicta Pedale sind absolut fehl am Platz, wenn du keine geeignete und zugleich hochmassive Befestigungsmöglichkeit hast. Ohne stabiles Wig wirfst du mit diesen Pedalenperlen vor die Säue. Ein Betrieb am Wheelstand oder mit zusammenklappbaren Rigs macht ebenso keinen Sinn damit. Eine klare Kaufempfehlung gibt es für Enthusiasten aus drei Gründen. Grund Nummer 1 ist die Möglichkeit den Realismus auf der Bremse 1 zu 1 abbilden zu können. Grund Nummer 2 ist die Rennstrecken Performance, wenn du weiter an deinen Rundenzeiten feilen willst. Du wirst kommend von Low Cell Pedalen etwas Eingewöhnungszeit benötigen, aber lange wird es nicht dauern, sich ans Bessere zu gewöhnen. Und Grund Nummer 3 ist das durchdachte Design. Werkzeugfreie Einstellmöglichkeiten in Sekundenschnelle und eine perfekte Software, die mir während den ganzen Testläufen kein einziges Mal abgestürzt ist und einwandfrei performt. Vor dem spannenden Ausblick locke dich bitte jetzt bei YouTube ein und lass mich wissen, was du von diesen Pedalen hältst und ob Pedale dieser Preisklasse ein Thema für dich sein könnten oder eher nicht. Und wenn es dir gefallen hat, dann lasse gerne einen Like und ein Abo da. Willst du mich unterstützen, dann klicke bitte unterhalb in der Videobeschreibung auf die Möglichkeiten. Dies ist via Paypal, Patreon oder meinen Amazon Affiliate Link möglich, über den du bestellen kannst und keinen Cent mehr zahlst und Amazon paar Euro an Provision für mich abdrückt. Kommen wir zu einem spannenden Ausblick. In nächster Zeit kommt es zu weiteren Reviews rund um Fanatec Gran Turismo DD und diverse Neuauflagen von Fanatec Lenkrädern warten, darauf reviewt zu werden. Liebe Grüße und es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Euer Ron